Wusstest du schon, einige Gottesanbeterinnen sind Insekten? Hallo, ich bin Jense Christ. Wusstest du schon, dass man Strickleitern auch häkeln kann? Wusstest du schon, dass es nichts bringt, bei einem tropfenden Hahn den Tierarzt zu holen? Wusstest du schon, dass ein Skilehrer ständig gleitende Arbeitszeiten hat? Wusstest du schon, dass ein Wachhund hin und wieder schläft? Wusstest du schon, dass Wachskerzen nicht wachsen, sondern kleiner werden? Wusstest du schon, dass Leute, die ständig betrunken sind, nicht für voll genommen werden? Wusstest du schon, dass Kranke auch Brüder haben können und nicht nur Krankenschwestern? Wusstest du schon, dass auch Analphabeten zur Weinlese zugelassen sind? Wusstest du schon, dass auch ein Sonnenbad seine Schattenseiten hat? Wusstest du schon, dass auch Sexmuffel großen Erfolg beim Anmachen von Lampen haben? Wusstest du schon, dass Glühlampen heller brennen, wenn man sie vorher aus der Verpackung nimmt? Wusstest du schon, dass Glühbieren sehr leicht aus der Fassung zu bringen sind? Wusstest du schon, dass sich alte Sofas immer mehr durchsetzen? Wusstest du schon, dass wenn du in einen Zug kotzt, du noch lange nicht bahnbrechend bist? Wusstest du schon, dass Boxkämpfe meistens chaotisch enden? Wusstest du schon, dass der Biss eines Pferdes für eine Hornisse tödlich sein kann? Wusstest du schon, dass ein Zahnarzt auch mal in der Nase bohrt? Wusstest du schon, dass eine Weißwurst auch nicht mehr weiß als eine Bratwurst? Wusstest du schon, dass es Ziegen gibt, die keinen Bock haben? Wusstest du schon, dass Fische zwar Leichen, aber Leichen nicht fischen? Wusstest du schon, dass jeder Viertischchinese ein Mensch ist? Wusstest du schon, dass Kegeln eine umwerfende Sportart ist? Wusstest du schon, dass Kometen alles Schnuppe ist? Wusstest du schon, dass Krebsweibchen in der Paarungszeit krebserregend sind? Wusstest du schon, dass man auch in Siegen ruhig verlieren darf? Wusstest du schon, dass man eine Tageszeitung auch bei Nacht lesen kann? Wusstest du schon, dass man mit einer Kreissäge ohne weiteres auch geradeaus sägen kann? Wusstest du schon, dass man den Ruhestand auch setzen darf? Wusstest du schon, dass Teigwaren Teigwaren heißen, weil sie vorher Teigwaren? Wusstest du schon, ich habe übrigens noch mehr solcher lustigen Videos gemacht. Und die findest du hier bestimmt irgendwo verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann sag das doch bitte oder schreib das oder gib ein positives Feedback oder was auch immer. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Untertitelung des ZDF, 2020